Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und bislang ist nur der süße Ivan wach, aber... Ja, ich dachte, ich starte hier schon mal. In letzter Zeit seht ihr mich immer in diesem komischen Gammelaufzug. Das ist irgendwie ein bisschen kritisch, würde ich schon fast sagen. Es wird zur Normalität, aber eigentlich sollte es das nicht tun. Aber was soll man tun? Ah! Wir werden die Folge auch schon wieder ein Kind bekommen. Denn sie ist schwanger und ich hoffe, es ist eine Meerjungfrau. Weil wir haben ja mit Makoa, heißt er glaube ich, haben wir ja versucht, ein Baby zu machen. Und wir sind ja schwanger und es wäre sehr, sehr, sehr cool, wenn das funktionieren würde. Ich nehme das Video genauso wie das letzte Video, das Speed Build, nachts auf. Es ist mittlerweile 5 Uhr. Bitte hinterfragt es einfach nicht, okay? Ich finde es immer geil, wenn man die Kleine Kinder schlafen, äh schlafen liegt, baden lässt. Dann haben sie immer diese CC-Schuhe an. Also verschiedene CC-Schuhe. Wo ich mir denke, okay, girl, wieso wartest du mit Schuhen an? So, ich hoffe, in der Schule werden ein paar Leute auch steigen in ihrer Note. Das würde mich sehr, sehr happy machen. Das ist der Level 3 in der Denkfähigkeit. Das ist auf jeden Fall schon mal wundervoll. So, und ihr lernt alle wieder fleißig in der Schule. Das ist sehr wichtig. Sie müssen es auf jeden Fall jeden Moment entbinden. Der Level 3 der Fantasiefähigkeit. Wir kommen den ganzen Näher. Dann fehlt nämlich noch Bewegung. Die Wehen haben eingesetzt. Na, dann ab ins Krankenhaus, ne? Ah, jetzt habe ich sie alleine lossticken lassen. Kann ich das noch ändern? Kann ich noch? Nein, ich kann es nicht mehr abbrechen. Sad Life ist das erste Mal, dass wir nicht mitgehen, wenn sie ihr Kind kriegt. Das ist ein bisschen schade. Wir engagieren einen Sitter. Ach, Manu, ich wäre so gern dabei gewesen. Wie immer. Vielleicht sollte man auch einfach nicht um 5 Uhr aufnehmen. Es ist ein Junge. Wir nennen ihn Jannis. So, und er kommt natürlich wieder ins Schlafzimmer und heult direkt rum. Like always. Also, wenn wir ein übernatürliches Kind kriegen, dann wird es ein Mehrmann sein. Vor allem der Kindersitter kommt jetzt an. Bruder, ich bin schon wieder zu Hause. Kann ich dem sagen, dass er gehen soll? Wir freuen uns. Aber theoretisch könnten wir eventuell später mal ein Kind mit ihm zeugen. I mean, why not so? Ich habe alle und alle Arbeiten, das macht dann null Simoleons. Da sehe ich mich. Mehr hat in der Schule etwas mitgehen lassen. Okay, es gibt auf jeden Fall Schulprojekte. Sie ist ein Saßschülerin. Er ist ein Saßschüler. Er ist auch ein Saßschüler. Das ist, was man hören will auf jeden Fall. Gut, dann platziere ich wie immer erstmal die Projekte. So, da ist der Cake. Und du bist einfach mal der Erste, der die Kerzen auspusten darf. Hat sich das Lernen am Wochenende auf jeden Fall gelohnt für alle. Happy Birthday! So, du bist paranoid. Gut. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Er ist aufgebracht. Vielleicht sollte er sich erst abreagieren. Weil ich habe Angst, dass er dann auch stirbt. Das wäre nicht so gut. Letztes Mal, als wir wütend gealtert haben, war nicht so, wie wir es uns erwünscht hatten. Gut, dann lassen wir erstmal sie altern. Sie ist so schön einfach, ich schwöre. So, und sie ist gemein. Pfff, alles klar. Ja, es geht auf jeden Fall schnell runter. Gut. Angespannt sehe ich eher. Weil es ist ja nicht, ne. Nicht so schlimm hier. Hier, da ist jemand angespannt. Gut, dann. Let's go. Es wird Zeit. So, liebt die Natur. Gut, dann sind wir schon wieder frisch. Wir kriegen jetzt viele Geschenke, da freue ich mich schon drauf. So, und dann kommst du aus der Familie. Hier, er kommt aus der Familie. Und sie kommt aus der Familie. Und sie wird nicht schlafen gehen, sondern sie wird jemanden einladen. Lade mal Joey ein. Weil irgendwie wird er mir ständig angezeigt und so. Und dann, irgendwie wird es jetzt langsam mal Zeit, ne. So, ich hoffe, er ist wirklich dann gleich da. Weil mit diesem Grundstück ist ja immer so eine Sache. Ja, sonst lasse ich ihn einfach auch wieder her telestupportieren. Das ist natürlich auch immer eine Wirklichkeit. Ist zwar doof, aber irgendwie backt das Grundstück halt. Und, ähm, ne, das muss halt einfach nicht sein. Und dann, äh, sag mal hi, indem du ihn betörst. So, das wird relativ easy wahrscheinlich wieder. Denn das sollte einfach kein Problem mehr für sie sein, so. Level 8 der Charisma-Fähigkeit. Nice. So, und dann aufreizen und posieren, bitte. What happened here? Ich hinterfrage das einfach nicht, okay? Warum waren da zwei auch noch? Fragen über Fragen. Aber es ist jetzt weg. So, und euch viel Spaß, ne. Oh, sie ist schwanger. Ah, nice. Als ob er einfach hier schläft. So, er gehört nicht mehr zu Hause halt. Excuse me. Und genau deswegen läuft es nicht schneller. Wow, neben so einem Festival-Zepo, das ist doch gar nicht nervig oder so. Ähm, ich versuche die ganze Zeit. Ich bin gerade einmal zu Weltenverwalten gegangen. Weil das hier, ja, nicht so gut funktioniert hat. Mit dem, dass die Kinder weggehen. Und immer wenn ich versuche, das zu laden, dann komme ich wieder zurück zur Weltenübersicht. Ich starte mal das Spiel neu. Ich bin wieder im Spiel. Das ist sehr gut. Und die Kinder, die ausgezogen sind, scheinen weg zu sein. Das ist auch gut. Also alles so, wie ich es wollte. Was zur Hölle? Was war das? Es ist probably ein Vampir, aber why? So, er erreicht Level 3. Dann fehlt ihm auch nur noch Bewegung. Also Nuria hat Level 3 erreicht. Und ist sie fertig? Sie ist fertig, ja. Helfenkerze auszublasen für Nuria. Oh mein Gott, wir haben keine Geburtsurkunde bekommen. Wir hatten noch im letzten Paar schon 23 Kinder. Oh mein Gott, als abwärts eine weniger haben. Das ist traurig. So, und du bist jetzt ein großes Kind. Sie ist faul auf jeden Fall. Aber mental. Oh, was ist das? Der Kuchen ist gerade verdorben. Gut. Dann kann sie ja für ihren anderen Sohn erstmal das ausräumen. Und dann kann sie ja für den ja auch schon mal einen neuen Kuchen backen. Denn wir werden einen neuen Kuchen brauchen. Denn er braucht ja auch nicht mehr viel, bis er älter wird. Und ich meine, die beiden sind Zwillinge. Die sollten schon gemeinsam in den Creative Sim gehen. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn so viel in der Post ist. Yes. Er ist auch Einsaßschüler. Das ist cool. Pack dir mal bitte Selbstgeburtstagskerzen drauf. Er ist gekränkt. Ich glaube, dann sollte ich ihn vielleicht auch nicht direkt altern lassen. Ich glaube, da sollte er sich auch erstmal abreagieren. Weil sonst, daran kann er ja auch sterben. Und ich will nicht, dass wir jetzt zusammen sterben. So, da ist es auch schon weg. Und er hat auch Level 3 erreicht. Dann hör schon mal auf damit. Oh, ihm geht es nicht so gut leider. Aber das ist okay. Du musst nur einen Moment Geduld haben, ja. So, alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall. Du bist ein Genie. So, und dann bitte pack einmal Geburtstagskerzen drauf. Und dann einmal helfen, Kerzen auszublasen für Ivan. Und du gehst weg. Wir sind gerade nur vier Sims im Haushalt. Könnt ihr euch das vorstellen? So, alles Gute. Du bist kreativ. Und bist hier auch kreativ. So, wir brauchen wieder Geburtstagskerzen. Ich hasse dich so sehr. Warum nimmst du ein Stück Kuchen? Junge, du, ich, ich hasse diesen Sim so fucking sehr. Ich schwöre es euch. Er macht nur Probleme in meinem Leben. Aber naja, wir gehen jetzt in die Kreative Sim. Bis zum nächsten Mal. Ulzi hat ihr Schulprojekt direkt fertiggestellt und ist sogar schon auf Level 4 in der Fähigkeit. Es ist ja schon Mittwoch. Das heißt, das Kind wird jetzt auch noch gealtert in der Folge. Also, das finde ich sehr, sehr sweet auf jeden Fall. Kann sie halt noch einen Kuchen machen, so. Wir können ja mal so einen krassen Kuchen machen von Gourmetmenü, Dings, Dings, Dings. Ich meine, wäre doch cool. Danach muss sie eh mal ein bisschen was kochen. Könntest du einfach den Kuchen machen? Sie muss auf jeden Fall was kochen, weil irgendwie ist alles voll. Also, voll bin ich dumm. Es ist halt so, dass wir nicht mehr so viel im Kühlschrank haben. beziehungsweise nur noch den Kuchen halt. Vor allem, ich mache jetzt den Kuchen. Das Kind muss noch nicht mal gealtert werden, so. Ich bin zu dumm manchmal, ne? Egal. Passt. Uh, es ist die Lotterie und wir werden auf jeden Fall teilnehmen. Ähm, weil, I mean, wenn wir das Geld kriegen sollten, wäre ich auf jeden Fall dabei. Happy Birthday to you! Du bist ein Schammer. Er hat orangen Haare. Aber die Frisur hatten wir, glaube ich, schon. Deswegen nehmen wir natürlich eine andere. So, wir kaufen unsere Lotterie los. Und ich bin gespannt. Wenn wir gewinnen, dann lache ich so hart, ne? Ich habe noch nie in der Lotterie gewonnen, Sims. Musik 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 Das ist schon echt cute, to be honest. Ich mag auch die Frisur richtig gerne. Oh, Bibi. Das Kind geht schon heier machen. Ich bin schon so ermüdet vom Spielen. Same. An dieser Stelle beende ich jetzt auch mal den Part. Ich bin sehr gespannt, ob wir dann beim nächsten Mal in der Lotterie gewonnen haben. Was, also wie viele Kinder wir kriegen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, auf Drillinge, auch wenn es natürlich sehr anstrengend ist. Aber drei Kinder auf einmal zu kriegen, wäre schon krass. Ich werde Offscreen jetzt nochmal bei D-Bug anmachen und halt uns eine Geburtsurkunde geben, damit wir halt bei 24 sind. Weil wir sind jetzt ja bei 24 eigentlich. Aber dadurch, dass wir halt nicht bei der Geburt an sich dabei waren, hat es uns halt keine Geburtsurkunde gegeben. Und ich würde das gerne da drin haben. Finde ich schöner. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.